Hallo und herzlich willkommen bei 10x Trading. Im heutigen Video sprechen wir über die FED-Zinsentscheidung, wir analysieren die Märkte und es gibt ein Update zu drei Aktien von der 10x Watchlist. Bevor wir mit dem Video starten, möchte ich dich gerne auf das heutige Aktienvideo hinweisen. Detailanalysen zu Coca-Cola, LVMH und Siemens. Link zum Video in der Videobeschreibung. Wir beginnen das heutige Video direkt im Wirtschaftskalender. Heute gab es die ADP-Beschäftigungsänderung. 113.000 Stellen wurden gemeldet unter der Prognose von 150.000. Hier müssen wir aber ganz klar auf den großen Arbeitsmarktbericht am Freitag warten. Einkaufsmanagerindex im verarbeitenden Gewerbe kam mit 50 rein im Rahmen der Prognose. Schuld Stellenangebote leicht über der Prognose in etwa auf Vormonatsniveau. Und dann kam natürlich jetzt um 19 Uhr der FED-Zinsentscheid und danach die Pressekonferenz von Jerome Powell. Man muss wirklich sagen, es hat sich hier nichts geändert. Keine Überraschungen auf das FOMC-Statement. Also die Pressemeldung von der FED war, wie erwartet auch, dass man hier keine Zinsanhebung mehr vorgenommen hat. 5,5% Zinspause aktuell. Auch das hatte der Markt so auf dem Schirm. Und auch bei der Pressekonferenz hat sich Jerome Powell nicht in die Karten schauen lassen. Man hat gesagt, oder er hat gesagt, man wäre weiterhin fest davon überzeugt, man möchte die Inflation auf 2% runterbekommen. Das wäre das langfristige Ziel der FED. Und man hat sich hier auch zu weiteren Zinsanhebungen, man hat sich zwar geäußert, dass man sehr weit fortgeschritten ist im Zinszyklus. Er wurde dann wirklich explizit auch von mehreren Journalisten darauf angesprochen. Man wäre jetzt sehr weit fortgeschritten im Zinszyklus. Fast als wollte er sagen, er wäre fertig, aber er kann es eben aktuell zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Also man muss wirklich davon ausgehen, dass der Markt jetzt hier keine besonderen Neuigkeiten bekommt. Und ich bin durchaus sehr gespannt, wie wir das jetzt in den kommenden Tagen entsprechend einpreisen werden. Vor allen Dingen, weil wir auch noch wichtige Wirtschaftsdaten bekommen. Und er hat sich auch geäußert, Jerome Powell, dass sie eben weiter datenabhängig sind. Und das spielt natürlich jetzt den Ball wieder eindeutig in Richtung der Wirtschaftsdaten. Morgen gibt es die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und die Arbeitslosenquote in Deutschland. Erstanträge in den Vereinigten Staaten dann um 13.30 Uhr. Und am Freitag gibt es dann die durchschnittlichen Stundenlöhne und eben den großen Arbeitsmarktbericht, sowie die Arbeitslosenquote und den Einkaufsmanagerindex bei den Dienstleistern. Und wie gesagt, für uns gilt jetzt, ab sofort wieder doppelt so genau auf die Wirtschaftsdaten achten. Bevor wir uns jetzt gleich bei der Marktanalyse noch die wichtigsten Charts anschauen und vor allen Dingen auf wichtige Marken eingehen. Bei den Indizes schauen wir uns noch eine Grafik an, und zwar die durchschnittliche Performance einmal vom S&P 500 in blau, aber auch von den Anleihen in weiß zurück bis 1973, nachdem die FED fertig ist mit Zinsanhebung. Und wir sehen, dass dieses sogenannte Zinsplateau, die Zinspause durchschnittlich durchaus was Bullisches ist für die Märkte, wo es dann kritisch wird ist, wenn die FED eben anfangen muss, die Zinsen zu senken. Aber auch nur, wenn das im Umfeld einer stärkeren Rezession passiert. Also haben wir mal übergeordnet auf dem Schirm, auch wenn die Märkte aktuell sehr duster aussehen. Keine Frage, eine Zinspause ist übergeordnet für die Märkte eher etwas Bullisches. Und was ich euch auch nicht vorenthalten möchte, sind drei Tweets, die Jim Cramer heute abgesetzt hat. Ich muss wirklich dazu sagen, da ist er heute absolut in die Vollen gegangen. Heute Morgen hat er getweetet, dass es aktuell so ein negatives Sentiment wäre, dass das nur eine selbsterfüllende Prophezeiung sein kann. Klassisches Short-Setup. Danach hat er noch rausgehauen, dass aktuell vor allen Dingen Apple und Nvidia in seinen Augen extrem schwach sind. So schwach, dass es genauso einfach wäre, diese Aktien zu shorten und dabei profitabel zu sein, wie es ist, einen Kuchen zu backen. So einfach, die Aktien aktuell nach unten zu drücken, wie es 1990 war, die Regionalbanken nach unten zu drücken. Jetzt vor kurzem hat er nochmal getweetet, dass es aktuell technisch so schlecht aussehen würde an den Märkten, dass man noch nicht mal aufs Beste hoffen sollte und sich ausschließlich aufs Schlechteste vorbereiten soll. Vor allen Dingen nochmal ganz klar ins Visier genommen Apple und Nvidia. Und man könnte hier den anderen Aktionären nicht trauen, hier würden Abverkäufe bevorstehen. Und man muss das hier wirklich sich mal vor Augen führen. Und so bearish habe ich James Cramer lange nicht mehr posten sehen. Und man muss dazu sagen, er ist halt einfach auch ein begnadeter Kontraindikator in der Regel. Für mehr Aktienanalysen und Trade-Ideen kommst sehr gerne auf den Discord und werde 10x-Member. Dort kannst du dich mit über 350 Mitgliedern austauschen und profitierst ab 4,99 Euro im Monat von meinen täglichen Markt- und Aktienanalysen. Damit kommen wir zur Chartanalyse und beginnen direkt mit einem der zentralen Charts, und zwar der Verzinsung der 10-jährigen Staatsanleihe. Und der Anleihenmarkt hat eine ganz klare Meinung zur heutigen Fettssitzung. Wir sehen jetzt einen Rücklauf bei den Zinsen. Und das beobachten wir jetzt mal ganz genau in den kommenden Tagen. Wir sind jetzt unter der 20-Tage-Linie, unter den 4,8 Prozent. Da wollen wir sie jetzt kurzfristig definitiv nicht mehr drüber sehen. Der 4-Stunden-RSI ist jetzt bei 34, potenziell muss man mit einem Bounce rechnen. Schön wäre, wenn die Zinsen jetzt noch zurücklaufen würden in einem Bereich von ca. 4,7 Prozent. Von hier können sie dann bouncen, sollten dann im Idealfall die 20-Tage-Linie als Widerstand testen. Und dann können wir die Zinsen potenziell sehen im Bereich von bis zu 4,5 Prozent. Wenn wir uns hier unser Rising-Vedge mal abmessen und das Ganze an die Breakdown-Stelle ansetzen, hier oben potenziell sogar der Backtest, muss man durchaus jetzt mal von dem Breakout ausgehen, dann wäre das Ziel sogar hier zu suchen im Bereich der 4,5 Prozent. Spannend, dass vor allen Dingen der Anleihenmarkt entsprechend drauf reagiert, ist natürlich für die Märkte jetzt aktuell ein gutes Zeichen. Aber aus der Gefahrenzone sind wir hier ganz klar noch nicht raus. Da brauchen wir die Zinsen deutlich unter 4,7 Prozent. Und vor allen Dingen, was wir jetzt nicht mehr sehen wollen, die kommenden Tage sind jetzt scharfe Anstiege bei den Zinsen. Da könnte sich der Markt dann natürlich direkt wieder erschrecken. Und auch beim US-Dollar-Index sehen wir eine interessante Preis-Action. Der kommt jetzt mit der aktuellen 4-Stunden-Kerze auch etwas zurück. Hat hier oben Intraday an den Tops rumgefischt. Und da schauen wir uns jetzt mal ganz genau an. Darüber hatten wir auch zuletzt so ein bisschen gesprochen. Nach dieser massiven Rallye potenziell jetzt ein kleines Doppeltop. Könnte dann durchaus ein Indikator sein, dass der Dollar jetzt etwas in die Knie geht. Wichtig dafür ist allerdings, dass wir weiterhin natürlich den Markt handeln, den wir sehen. Und der zeigt uns hier vor allen Dingen an, dass der Bereich um 106,5 eine potenzielle Supportzone sein kann. Hält jetzt hier der Markt auch. Klar, dieses Level 20er-Schnitt im 4-Stunden-Chart ist immer wichtig. Und dann vor allen Dingen auch die 20-Tage-Linie. Also in diesem Bereich hat der Dix jetzt nochmal richtig guten Support. Müssen wir genau darauf achten. Und wenn er sich dann hier die Supportzone anschaut, kommt dann hier auch die 50-Tage-Linie zu Hilfe. Man kann jetzt hier noch keine finale Aussage treffen. Das ist hier eine Konsolidierung. Definitiv heute ein bisschen rumgefischt an den Tops. Das müssen wir jetzt genau beobachten, ob das jetzt zu einem Impuls, zu Downside führt. Ob das hier oben ein sogenannter Liquidity-Grab war. Also hier nochmal ein paar Stops gezogen, um dann abzuverkaufen. Oder ob wir uns dann eben im weiteren Verlauf vor allen Dingen Schlusskurse. Das ist das Entscheidende. Schlusskurse holen über 106,8, über 107. Dann müsste man damit rechnen, dass der Dollar hier potenziell sogar die Zielzone abholt bei den 108 in etwa. Damit kommen wir zu den Aktienmärkten und beginnen mit dem Volatilitätsindex. Und der Aktienmarkt hat eine ganz klare Meinung dazu. Der möchte aktuell steigen. Er probiert es zumindest. Und da müssen wir jetzt auch gleich ganz genau drüber sprechen. Vor allen Dingen beim S&P 500. Wir beginnen bei dem Thema Volatilität und sehen, dass der Wix jetzt hier durchaus all das macht, worüber wir in den letzten Tagen gesprochen haben. Nicht nur ist er unter die 18,5 gekommen, sondern er fällt jetzt hier wirklich auch von der Klippe. Er hat alleine jetzt seit Dienstag verloren um etwa 16,5%. Also der Wix kommt jetzt hier deutlich zurück seit gestern. Muss auch dazu sagen, wir sind jetzt unter der 200-Tage-Linie. Aktuell kämpft er hier mit der 50-Tage-Linie. Wir sind jetzt hier auch unter dem Level von 17. Also das geht jetzt durchaus auch relativ flott, dass der Wix nach unten kommt. So flott, dass er jetzt im 4-Stunden-Chart über verkauft. So lasst uns vor allen Dingen jetzt auf die nächste Reaktion warten. Und extrem spannend wäre, wenn der Wix nochmal nach oben kommt und sich dann an der 200-Tage-Linie potenziell Widerstand abholt. Das wäre ein bulisches Zeichen. Ganz klar, dass wir den Wix danach zumindest mal in diesem Bereich bekommen von 15,5. Und wenn er da drunter fällt, dann fällt er hier kurzzeitig wirklich mal ins Leere in Richtung 52-Wochen-Tiefs. Und das würde natürlich eine potenzielle Jahresendrallye dann durchaus anfeuern. Wix wollen wir jetzt grundsätzlich eher nicht mehr sehen über 17,5, denn exakt hier läuft aktuell die 200-Tage-Linie. Und perfekt dazu kommen wir im S&P 500 ganz genau richtig. Ich hatte so ein bisschen gehofft, dass er die Preis-Action hier uns anzeigt in dem Bereich, wo wir aktuell sind zum Zeitpunkt des Videos. Denn der S&P 500 ist jetzt hier mitten in der Gegenbewegung. Wir hatten die letzten Tage darüber gesprochen. Wir sind auch aus dem 23er-Fibur natürlich ausgebrochen. Und schaut euch auch mal wieder diese Technik an, die uns der S&P 500 Future hier zeigt. Hier ist das 23er-Fibonacci bei 4.172. Wir sind ausgebrochen, testen es hier wunderschön nochmal als Support. Und der Markt zieht durch. Wichtig, achtet mir jetzt bitte bei einem RSI im 4-Stunden-Shot von 67. Wir kommen jetzt von überverkauft auf überkauft. Und achtet mir auf die 4.250 Punkte. Hier ist die 200-Tage-Linie beim S&P 500. Und man muss potenziell sogar damit rechnen, dass er hier nochmal abprallt. Aber schaut mal auf der linken Seite. Hier gab es einen Dip, dann gab es potenziell den Kopf. Jetzt sind wir hier in der 200-Tage-Linie. Extrem bullisch wäre natürlich, wenn er voll durchzieht, hier eine V-förmige Erholung hinlegt, dann hier oben mild konsolidiert und direkt weiter durchzieht. Das ist allerdings eher nicht mein Primärszenario zum aktuellen Zeitpunkt. Aber wenn er jetzt hier mild runterkommt, potenziell sich nochmal die 4.190, 4.180 anschaut und das dann zum Support wird, dann hätten wir hier eine herrliche inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation, die dann als Ziel durchaus den Abwärtstrend hätte im Bereich von 4.350, 4.360. Wichtig allerdings auch, wenn der Wichs sich nochmal deutlich aufschaukeln sollte. Stichwort aus dem Briefing am Sonntag. Der Schweinemove. Dann muss man damit rechnen, dass das hier auch nochmal neue Tiefs geben kann. Dass er hier wirklich in die Zone abtaucht. Hier unten läuft dann die 200-Wochen-Linie. Da sprechen wir im Detail drüber, falls hier nochmal richtig Schwäche reinkommen sollte beim Markt. Achtet mir jetzt hier in erster Linie mal darauf, wie er bei den 4.250 reagiert. Und wenn es hier einen Dip gibt, dann schauen wir, ob die linke potenzielle Schulter hier im Bereich von 4.190 bis 4.200 Punkte zum Support werden kann. Und auch der Nasdaq 100 zeigt sich unbeeindruckt von der Fettsitzung. Im Gegenteil, hier entwickelt sich jetzt gerade so ein richtiger kleiner Shortsqueeze. Wir sind aus dem 38er Fibonacci, der Downside ausgebrochen. Hatte ich heute auch am Discord in der Marktanalyse drüber gesprochen. Über 14.550 Punkte kann es hier so einen kleinen Squeeze geben. Allerdings nähern wir uns jetzt den wichtigen 14.700 Punkte bis 14.770 Punkte. Halte ich das hier für eine wichtige Widerstandszone. Vor allen Dingen, weil hier auch die 20-Tage-Linie ist. Aber ähnlich wie beim S&P 500 sehen wir hier eben auch dann möglicherweise eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Hier muss man sich aber damit auseinandersetzen, dass der Nasdaq jederzeit nochmal diese Zone antesten kann als Support. Das ist der Bereich um etwa 14.440. Springt jetzt hier also eher nicht hinterher in diesem Move. Im Gegenteil, habt hier oben die 20-Tage-Linie bitte auf dem Schirm. Genau bei 14.750. Die kann hier definitiv zum Widerstand werden. Vor allen Dingen, weil wir von diesem Rücksetzer jetzt bereits tief eingetaucht sind in die Golden Zone. Und hier ist es 50er Fibo, hier oben ist dann es 61er und 65er Fibo. Und hier ist auch genau das Wickei vom 24. Oktober. Also spätestens bei 14.850 müsste man dann hier wirklich mit Gegenwehr nochmal rechnen. Der Bären vor allen Dingen, weil auch der Nasdaq jetzt von überverkauft in wenigen Tagen auf überkauft gesprungen ist. Diesen Shortsqueeze, dem muss man jetzt hier erstmal zu Ende gehen lassen. Und dann schauen wir uns ganz genau an, wie das Ganze danach abläuft. Und wenn er dann wackelig runterkommt in dem Bereich 14.500, 14.450, dann ist hier potenziell ein Boden gefunden worden. Aber auch hier beim Nasdaq, wenn nochmal richtig Ärger reinkommen sollte in die Märkte, darf man natürlich nicht gänzlich ausschließen aktuell, dass er sich nochmal neue Tiefs abholt. Und hier hätte ich dann einen Dip auf die 200-Tage-Linie auf dem Schirm. Und das ist dann unten im Bereich um 14.000 Punkte. Widerstand für den Nasdaq zu erwarten im Bereich 14.700 bis 14.800. Und wenn er danach in dem Bereich um 14.400 dippt und hier gekauft wird, dann kann das durchaus ein spannendes Long-Signal sein. Wenn dir das Video Mehrwert bietet, lass sehr gern deinen Like da, dass es der YouTube-Algorithmus möglichst vielen Leuten empfiehlt. Und abonniere auch den Kanal, dass du jetzt in dieser wichtigen Marktphase nichts mehr verpasst. Wir kommen zum Dow Jones und hier spielt sich unser Long-Setup auch herrlich aus. Darüber haben wir auch in den letzten Tagen im Video gesprochen. Und das habe ich auch am Discord für die Mitglieder gepostet. Der Backtest im Bereich von 32.900 bis 32.800, das war hier ein durchaus schönes Long-Signal. Vor allen Dingen auf der linken Seite Support. Hatte dann fast was von so einem Spring-Backtest. Du fällst auf ein tieferes Tief, kommst wieder rauf, testest den alten Support als Support und ziehst dann durch. Zusammen mit dem 23er Fibonacci der Downside, aus dem wir hier ausgebrochen sind, ist das ein herrliches Setup gewesen. Jetzt aktuell ist der Dow Jones aber angekommen an der 20-Tage-Linie, knapp über dem 50er Fibonacci der Downside. Und man sieht auch durchaus, wie der Markt das hier respektiert. 61er, 65er Fibonacci ist dann hier bei 33.450. Wie gesagt, der Dow jetzt auch langsam, aber sicher bei einem RSI von 63. Hat hier noch ein bisschen Platz nach oben, keine Frage. Und ich würde ihm hier möglicherweise sogar ein V zutrauen. Und dann müssen wir ihn hier oben suchen beim 78er bis 88er Fibonacci. Da ist dann die 200-Tage-Tage-Linie allerdings und die wird meines Erachtens nochmal großen Widerstand darstellen. Und hier könnte sich dann im großen Bild eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation ergeben beim Dow Jones. Spannend. Schaut jetzt mal, wann dieser Impuls hier zu Ende geht. Aktuell an der 20-Tage-Linie, da reagiert der Markt jetzt bei 33.280. Und ist er aktuell und die 20-Tage-Linie läuft bei 33.330. Drüber dann die 33.500, wichtiger Widerstand. Und die 200-Tage-Linie beim Dow, die läuft aktuell bei 33.810, wo wir natürlich nicht mehr drunter sehen wollen. Das ist ganz klar unter diesem Level prinzipiell schon nicht mehr unter den letzten Tiefs, die wir hier gesehen haben, bei 33.920. Wir kommen jetzt zum Russell 2000 und hier haben wir gestern darüber gesprochen, dass wir keine neuen Tiefs mehr sehen wollen beim Russell. Vor allen Dingen, weil er hier natürlich das 52-Wochen-Tief jetzt intensiv getestet hat. Und weil unser Kursziel, falls wir neue Tiefs sind, wirklich nochmal einen ordentlichen Schluck tiefer legt. Vor allen Dingen, weil der Russell jetzt hier durchaus zugreift. Schöne Akkumulation, jetzt sehen wir hier steigende Tiefs und die aktuelle 4-Stunden-Kerze ist jetzt auch durchaus etwas impulsiver. Wir haben uns auch hier die Downside abgemessen. War eine brutale Deep Crap. Normalerweise hat sie beim 161er Extension zur Downside ihr Ziel. Diese Deep Crap hat das 200er abgeholt. Also wirklich Maximum-Pain an der Downside ausgeschöpft. Und dann vor allen Dingen auf so einem wichtigen Level wie dem Multijahres-Tief hier Support gefunden. Wo wir den Russell 2000 drüber sehen wollen. Das ist jetzt hier der erste Widerstand des 23er Fibo. Und da reagiert er aktuell auch ganz genau. Und auch diese horizontale Widerstandszone. Über 1670, das ist der erste kleine Erfolg der Bullen. Richtig spannend wird der Russell 2000. Wenn wir das hier sehen sollten. Breakout über 1690 und dann dieses Level als Support halten. Dann ist das Mindestziel zu sehen im Bereich bei 1730. Potenziell auch eine Rallye denkbar in dem Bereich des großen Abwärtstrends. Und hier müsste er dann ausbrechen mittelfristig. Allerdings brauchen wir da wirklich bullisches Momentum am Markt. Da muss der Markt wirklich bullisch flippen. Und dann wird er richtig interessant über 1780 Punkte der Russell. Für den Moment extrem wichtig. Keinen neuen Tiefs übergeordnet mehr. Und beim Russell würde ich sogar so weit gehen, weil der ist hier dermaßen angeknackst. Wir sehen jetzt hier wunderschön, wie er die 20er Linie im 4-Stunden-Chart als Support hält. Da wollen wir keine Schlusskurse mehr drunter. Also unter 1650 Punkte wollen wir den Russell nicht mehr sehen auf 4-Stunden-Schlusskurs. Wir kommen zum deutschen Aktienindex. Und der hat hier herrlich reagiert in unserer Zielzone. Dieser Harmonic. Wir haben die letzten Tage darüber gesprochen, dass hier bei 14.700 Punkte in diesem Bereich des 88er Fibonacci ist zum Tief aus dem März, dass sich hier auch eine herrliche Harmonic eben abzeichnet. Wir sehen jetzt heute die Reaktion. Der DAX springt jetzt hier nach oben aus dieser Zielzone. Ist jetzt genau bei diesen 15.000 Punkten angekommen. Vor allen Dingen hier aber auch bei der 20-Tage-Linie. Jetzt passt mir hier höllisch auf. Ich habe jetzt nicht umsonst nochmal einen Doppelboden eingezeichnet. Der könnte jetzt von hier an der 20-Tage-Linie abprallen. nochmal runterkommen, um sich einen Doppelboden abzuholen. Das wäre dann durchaus, wenn wir sehen, dass die 14.700 nochmal halten. Ein Zeitpunkt, wo man eine Position beim deutschen Aktienindex eingehen könnte. Natürlich ebenfalls freundlich. Keine Frage, der kann hier durchziehen. RSI hätte noch Platz bei 65. Dann muss er aber hier meines Erachtens die 20-Tage-Linie wirklich rausnehmen. Dann braucht man Kurse über 15.035. Und dann kann er bei einem Backtest herrlich diesen Bereich als Support testen. Und wenn wir das sehen sollten, wenn das hier unten die Bärenfall ist, dann sieht es extrem gut aus für den DAX. Vor allen Dingen, wenn er die 15.000 danach halten kann für einen Breakout aus dem Abwärtstrend. 200-Tage-Linie sehen wir dann bei 15.655. Die 50-Tage-Linie müssten wir rausnehmen auf dem Weg dorthin. Die läuft aktuell bei 15.400. Aber jetzt ganz kurzfristig für den Moment muss der Fokus auf der 20-Tage-Linie liegen und auf dieser wichtigen Zone zwischen 14.940 und 15.000. Da ist er jetzt ganz genau drin. Wenn wir hier nochmal Schwäche bekommen, achtet mir bei einer potenziellen Downzeit. Da sprechen wir dann ohnehin morgen wieder drüber im Video auf die 14.700. Und nochmal richtig freundlich nach oben in Richtung 15.250 kann er hier werden, wenn er die 20-Tage-Linie rausnimmt. Dazu muss er über 15.035 springen, der DAX. Wir kommen zum Bitcoin und wir sehen aktuell am Kryptomarkt eine interessante Dynamik. Das hat so ein bisschen was schon von Bullenmarkt. Der Bitcoin geht zeitwärts. Aktuell ziehen die Altcoins nach, erreichen teilweise herrliche Renditen. Derzeit Solana hat sich jetzt verdoppelt und einige weitere Coins auch mit einer super Performance. Das ist durchaus spannend, vor allen Dingen, weil der Bitcoin in dieser Zeit hier sehr stabil bleibt. Heute gab es schon mal ein Tageshoch im Bereich von 35.200. Das ist ein bisschen gefährlich. Da sind wir nämlich auf die Suche nach Stops gegangen in diesem Bereich. Und wenn du dann nicht diese Levels wirklich rausnimmst, kann das durchaus der Liquidity Grab sein, der dann durchaus auch mal eine Korrektur triggert. Da machen wir uns nichts vor. Vor allen Dingen, der Tageschart ist hier nach wie vor heiß. Der hat sich ein bisschen abgekühlt. Aber um den Tages-RSI, der bei deutlich über 85 war, hier oben abzukühlen, brauchst du in der Regel einen Dip. Wir wissen aber auch, dass der Bitcoin extrem Momentum getrieben ist und da ist definitiv nach wie vor Momentum drauf. Wir sehen auch übergeordnet signifikant steigende Tiefs. Auch heute ist der Bitcoin nicht aus diesem Wedge rausgefallen, sondern im Gegenteil. Er ist jetzt aktuell drüber, wenn wir hier Schlusskurse drüber sehen, vor allen Dingen über den 34.700. Da muss man sich nochmal damit auseinandersetzen, dass er diese Tops hier angreift. Das erste signifikante Target für neue Hochs ist dann im Bereich 36.000. Achtet mir hier extrem drauf. Dort könnten dann wirklich harte Gewinnmitnahmen stattfinden. Wichtig allerdings auch, weil er die 36.000 rausnimmt. Dann hat er nahezu keine Widerstände. Die 38.000, die müssen wir uns zwar anschauen, aber der erste echte Widerstand kommt dann erst wieder im Bereich der 42.000. Und kritisch zur Downside wird es, wenn er diese Levels jetzt rausnimmt. Wir sehen es jetzt eindeutig. Seit Montag committet sich der Markt jetzt hier bei den 34.000 Kurse unter 34.000. Die können dann eine Korrektur triggern in Richtung 31.800. Wir kommen zu den Einzelaktien und wir beginnen mit AMD. Die Aktie heute zeitweise 10% im Plus Intraday. Es gab gestern nachbörslich die Earnings und die Zahlen an sich, die waren gut bei AMD. Der Markt hat sich ein bisschen erschrocken, was den Ausblick angeht fürs vierte Quartal. Allerdings hat dieser Schreck dann nur dazu geführt, dass wir hier nochmal so ein bisschen auf Tauchstation gegangen sind. Bei diesen Levels von 95 US-Dollar. Wir haben hier nochmal so ein bisschen reingefischt in diese Tiefs vom Ende Oktober. Und jetzt sehen wir hier heute den Shorts Quiz bei AMD. Wichtig zuzusagen ist jetzt keine Kurse mehr, definitiv keine Kurse mehr unter 100 US-Dollar. Da möchte ich jetzt, dass der Deckel drauf ist. Das ist ein wichtiges Level für AMD. Wir sind jetzt auch wieder über der 200-Tage-Linie. Und das muss jetzt hier unsere Bärenfalle sein. AMD kann hier dippen. AMD kann jederzeit auch nochmal zurückkommen, um hier den Bereich von 102 US-Dollar anzutesten. AMD könnte hier sogar nochmal zurückkommen, um wirklich nochmal hier den Deckel draufzusetzen. Nochmal auf die 200-Tage-Linie dippen. Hier würde ich dann möglicherweise meine Position sogar nochmal ausweiten bei AMD. Wichtig ist mir. Und da würde ich dann definitiv auch meinen Stop setzen unter diesen lokalen Tiefs. Unter 100 US-Dollar, weil wir jetzt nichts mehr damit zu tun haben. Denn wenn wir rauszoomen, auf der linken Seite sehen wir, dass dieser Bereich von den 95 US-Dollern durchaus eine wichtige Widerstandszone war, die jetzt zum Support wurde. Und das wollen wir auch nicht mehr angetestet sehen. Das ist jetzt hier herrliche Preis-Action. Auch diese Wicks vor allen Dingen drunter deuten an, dass dieser Bereich vom Markt gekauft wurde. Auch hohes Volumen drauf beim Short-Squeeze. Und nach oben ist er jetzt aktuell am 38er. Fibonacci bei 108 US-Dollar. Hier würde ich jetzt nicht hinterher springen. Mittelfristig sehe ich aber die Ziele durchaus im Bereich 113 bis 118 US-Dollar. Potenziell sogar, wenn es eine Rallye wird zum Jahresende im Bereich 130 US-Dollar. Bin durchaus bullish auf AMD. Wichtig ist allerdings, ich möchte hier, wie gesagt, jetzt kann dippen, kann wird vermutlich sogar nochmal dippen. Ideal wäre, wenn er hier die 20- und 50-Tage-Lie nochmal antestet. Das wäre der Bereich von 102,8 US-Dollar bis 103,50 Dollar. Und was ich definitiv, wie gesagt, nicht mehr sehen möchte. Keine Kurse mehr unter 100 US-Dollar. Und auch Nvidia kann im Fahrwasser von AMD heute Stärke zeigen und straft aktuell zumindest für den Moment. Jim Cramer, ein weiteres Mal lügen. Was hat bei Nvidia gehalten? Der Support von 400 US-Dollar. Da haben wir auch in der letzten Analyse im Detail darüber gesprochen. Das muss halten. Wir sehen es auch auf der linken Seite. Ansonsten kein Support bis 366. Potenziell 350 US-Dollar. Hier wäre dann die 200-Taglinie gewesen für den Moment. Muss man aber sagen, zeigt uns Nvidia hier durchaus. Stärke ist jetzt hier auch wieder über den 420 US-Dollar. Man muss dazu sagen, ich würde jetzt hier den Stop aggressiv hinterherziehen. Wir sehen jetzt hier auch die 20er-Linie. Wir sind im 8-Stunden-Chart aktuell bei Nvidia. Hier die 20er-Linie kurz ausgebrochen. Jetzt aktuell. Ich möchte ihn da jetzt nicht mehr drunter sehen. Unter 416 bis 410 US-Dollar. Muss man jetzt sagen, möchte man Nvidia nicht mehr sehen. Definitiv keine Kurse unter den 400 US-Dollar. Das gilt natürlich weiterhin. Und nach oben sehe ich das Target jetzt erstmal vorsichtig im Bereich 435 bis 444 hier im Bereich der 440er-Levels. Das war das erste signifikante Allzeithoch hier nach dem Breakout auf neue Allzeithochs. Da sind wir auch gut nach unten gekommen. Die 440 muss man als Widerstand sehen. Drüber hätte er Platz zum Abwärtstrend. Das wäre hier im Bereich der 460. Und darüber hätte Nvidia dann potenziell deutlich mehr Platz. Werdet hier aber nicht übermütig für den Moment. Der Markt ist sich noch nicht hundertprozentig sicher, ob wir wirklich im Rally-Modus sind. Was uns Nvidia hier aber definitiv gezeigt hat, auch aus dem Abwärtstrend, aus dem lokalen, sind wir jetzt ausgebrochen. Und die 400 US-Dollar haben hier gehalten. Die können wir aber jederzeit, vor allen Dingen, falls wir uns hier bei der 20er-Linie Widerstand abholen, bei der 20-Tage-Linie, können wir die auch jederzeit nochmal backtesten. Also habt es auf dem Zettel und lasst euch jetzt aktuell in dieser Marktphase ungern in steigende Kurse reinziehen. Wenn du die Reichweite von dem Video deutlich erhöhen möchtest, lass sehr gerne dein Like da, abonniere auch den Kanal und schreib vor allen Dingen auch gerne einen Kommentar unter das Video. Wir kommen zu PayPal und ein weiterer Tag im Tagebuch der PayPal-Aktie, wo wir in Sicherheit sind sozusagen. Und zwar in Sicherheit über den 50 Dollar und 85 bis 50 Dollar 25. Da wollen wir die Aktie auch nicht mehr drunter sehen, weil ich muss dazu sagen, die Kerze, die wir am Freitag letzter Woche bekommen haben, dieser Dip nochmal auf Multijahrestiefster dann gekauft wurde und seitdem eben auch nicht mehr angetestet wurde. Ich finde das durchaus nicht unspannend. Dafür bleibt aber die Aussage, keine Kurse mehr unter 50,25 und unter 50,85 wären Kurse bereits wieder ein großes Warnsignal. Und falls dieser Erholungsversuch, mehr ist es hier absolut noch gar nicht, nochmal scheitern sollte, muss man sich damit auseinandersetzen, dass der Markt hier einfach nochmal richtig loslässt und wir tief abtauchen in unsere Zielzone. Target wären dann im Bereich von bis zu 45 US-Dollar. Und es bleibt aber auch weiterhin die Aussage, natürlich, wer hier langfristig an PayPal glaubt, hat hier die Zone meines Erachtens, in der man Positionen akkumulieren kann. Wer hier kurzfristig drin ist, sollte unter den 50 US-Dollar und 25 hier die Reißleine ziehen. Und richtig interessant und bullish wird sie aber erst, wenn Sie sehen, wie die 20er-Linie PayPal nach unten gedrückt hat. Da brauchen wir sie drüber, die 20-Tage-Linie und vor allen Dingen wieder zurück in diesem Falling Wedge und dann über 57,80. Und dann kann sie durchaus durchziehen bis in den Bereich über 60, 62. Die aktuell, die 200-Tage-Linie, die wir eben am Top der Juli-Rallye getestet haben, die läuft aktuell dann sogar bei 68 US-Dollar. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen aktuell bei PayPal. Und wichtig ist mir hier in erster Linie auch nach unten das Risikomanagement entsprechend auf dem Schirm zu haben. Und wer hier aggressiv positioniert ist, hat bitte seine Stops unter dem Bereich dieser lokalen Tiefs, unter diesen 50,25 Dollar. Ich bedanke mich vielmals, dass du das heutige Video bis zum Schluss geschaut hast. Schau mal in die Videobeschreibung. Dort findest du einige Links zu interessanter Literatur rund ums Thema Börse und Trading. Du findest den Broker, den ich für mein Trading benutze und auch die Chart-Software, die ich in den Videos benutze. Und natürlich auch den Link zur Mitgliedschaft bei 10xTrading. Ich bedanke mich vielmals für deine Aufmerksamkeit und sage Ciao.